so meine lieben freunde herzlich willkommen zurück zur siebten folge von far cry 3 in der classic edition gespielt auf der ps5 wir sind wieder in der manarchie so wie das aussieht ja die habe ich nämlich das letzte mal gespeichert und unsere nächste aufgabe ist es entweder die insel weiter zu erkunden oder richtung pirate cove aka sunset cove und das machen wir auch da wollen wir hin wir müssen mal eben gucken wie wir da hinkommen ein auto steht gerade keins rum macht aber nichts wir laufen natürlich hin ach doch guck hier steht sogar schon eins wie bestellt und nicht abgeholt so gut fangen wir mal hier lang ah guck jetzt haben wir auch eine questbeschreibung das ist ja sehr schön ok und wir fahren genau in die falsche richtung ich habe hier leider den funkturm noch nicht macht ja nichts wenn wir ihn sehen dann hoch hoch kann mein boot schwimmen kein uhrgut wir lassen das auto mal hier am strand freuen sich die fische krabben und was hier noch so rumpfleucht und die ein neues zu hause ach guck mal doch da hinten ist ein ein türmchen muss ich mal eben gucken den könnten wir ja rein theoretisch noch mitnehmen zweckskartenaufdeckung mal gucken ist der weit weg ah es geht es geht wir gucken mal ja der ist ja der ist jetzt nicht weit weg das sollte kein problem sein wenn wir den noch schnell uns holen dann haben wir wieder ein stück von der karte aufgedeckt das passt schon da wird geschossen die tiare die tiare gibt uns ein weißes blatt das ist aber nett oh hier Shortcut ich möchte ja gerne hoch komm hoch mit dir geht nicht wir sind zu dick ah ja sehr gut so treppchen hoch und noch mal treppchen so so zack 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 oh das war falsch wir müssen hier ran so mal ducken mal ducken treppchen und einmal hier durch zack 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 und wir haben eine Kiste große 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 wofür auch immer wahrscheinlich auch wieder ramisch oder so mach auf das ding und raus damit oh hier gut vielen dank so und jetzt möchte ich gerne nach unten so und hier liegt ein was soll das sein ein toter da wird mir Heilung angezeigt die ich nicht nehmen kann bring dieses Fahrzeug samt der geladenen medizinischen ausrüstung zur markierungsfacke bevor die Zeit abläuft nee das machen wir jetzt nicht das hält uns nur wieder auf so wir nehmen den ein bisschen was aufgedeckt dann brauchen wir jetzt eigentlich nur nach unten fahrt das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus wow oh da fährt sich aber gut der Jeep besser als der andere wenn wir vorhin hatten so jetzt jetzt reicht mir das hier jetzt haben wir aber nichts mehr zu folgen kommt her ihr Pissbirnen oh zeig mal was du drauf oh plundern ach da kommen schon die Nächsten wieder das wird langsam am Fahrzeug der Troppe da oh 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 so selber schuld Smartphone und 12 Mark hey gib mir dein Loot Peck mir Kokain voll was soll ich denn damit Public Market Buy, Sell, Swap ok wollen wir mal gucken ob jemand da ist aber ich glaube ja passiert dass hier keiner ist oder ne keiner da haben sie wahrscheinlich erschossen hier guck ihn dir an der arme Kerl so 270 Meter noch wir schleichen uns mal ran wollen ja auch nichts überstürzen ja und hier ist irgendwo ein Türmschenker oh Telefon Hallo? Dr. Earnhardt? Hey, Daisy hier ich hab mir sein Handy ausgeliehen wie läuft die Suche? ich komme voran wie geht's dir? gut der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht ist sicherer weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen aber hör mal ich hab da unten was gefunden das musst du dir ansehen ok wir treffen uns später dort hoffentlich mit unseren Freunden gut bis dann ok Kamera zucken Foto machen so sag mal Käsekuchen da ist auch noch einer zack zack da ist wohl der Chef sonst noch jemand hier? ne sieht nicht so aus doch ein wildes Huh los beiß beiß ihn in den Arsch ok ich glaub das gibt gleich richtig Action ach guck mal da ist noch einer den hab ich gar nicht gesehen so die markieren wir uns auch noch da ist auch einer ok älter so so pass auf hat der grad gerübst was zum hä? töt ihr den Lageraufseher und nehm den Gefängnisschlüssel hab ich mich verletzt? so so Achtung 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 S in den Hals da so sind schon mal zwei weniger das gefällt mir hier und 14 Mark und 14 Mark oh ja Geld Pfeilspitze aus Bronze angst wo sind die nächsten die hängen ja alle in dem Haus ne? und ne Alarm gibt's auch ok muss ich jetzt mal gucken dass ich den ganz flott ausgeschaltet bekomme warte 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 ich seh ihn noch nicht ich seh ihn noch nicht denk daran den Alarm auszuschalten ja ich versuch's ich versuch's bleiben sie ruhig so der Insel steckt könnte man mit Mann und Maus wegpumpen so Granate so Alarm ist raus jetzt geht's ab ich schütz den auch sehr ich glaub der ist schon tot hopp hopp aua 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 wo schießen die? ich seh die gar nicht was soll denn das? ey das gibt's doch nicht ey das gibt's doch nicht ich gefackelt alles ab so einer weniger we'll weg 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 Wow! Diese Kugel hat mich für dich ausgehoben. Yes, Kopfschuss. Okay, ich brauch Munition. Und wo war hier welche? Das weiß ich. Ja, sehr gut. Nein. Nein, 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 nein. Bin ich an dieser blöden Kante hängen geblieben? Ah, ärgerlich. Aber ich muss mir auch mal eine andere Waffe besorgen. Ich kann mit dem Gewehr nicht so gut. Gut, bis dann. So. Machen wir das nochmal. Und jetzt ein bisschen professioneller, bitte. So, da. 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 Okay, und wo sind die, die hier vorhin umstanden? Sehe ich wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Na gut. Muss reichen. Das war knapp. Aber sie sind schon in Alarmposition, glaube ich. Ich muss nicht. Da. Ich machbar. Boah, ist das heftig. Multikill, oh. Sehr gut. Kommen wir nicht weg aus der Ecke. Gehen wir ja gerade hier so ein bisschen auf den Sack. Boah. Du gehörst mir, Flachmixer. So, okay deine Mund. Granate? Arschloch! Oh. Ohohoho. Boah, sie sind hier kaputt. Ei, 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 ei. Jetzt bist du dran! Hilfe! Nimm das! Ich will dieses Zeug nicht. Geh weg. Ohohohoho. Die nächste Kugel ist extra für dich. Geil! Geil! So. So. Flachmixer! 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 Ah! Leg den Fassad auf! Nein! Nein! Wer hat sich vertanzt? Du hast keine Chance! So. Was, der lebt noch? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Yes. Das war gut. So. Lündern. Zählenschlüssel. Zählenschlüssel. Sauber. So. Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Ich kann den nicht deaktivieren. Da müssen wir draufschießen. Ich bin der Millionen. Entwortezt. Das ist nicht möglich. Schade. Sie bekommen nicht. Ich bin der Fall. Mögedem der Fall. Ich hab schon wieder keine Munition, ne? Das ist so unfassbar, unfassbar. Weiche Plündern. Yes. Mixer. Weiche Plündern. Weiche Plündern. Genau, oder? Jo. Also, hier muss ja irgendwo nett sein. Hier kommen ja immer mehr. Ja. Ja. Nein. Oh, ist das gemein. Ist das gemein? Ich glaub's ja nicht. Ja. 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 Geil. Ja. 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 So. Ja. Ich bin... Super. Okay, ich muss eine andere Waffe nehmen. Mit der wird das hier nichts. Okay, pass auf, pass auf. Man sieht hier auch ganz beschissen. Das ist nicht zu glauben. Die Mission geht mir richtig auf den Sack gerade. Hier für dich. Schenk ich dir. Tot. Tot entrisaß dich. Okay, ab. Es sind unsere Zöntじゃない. Okay, das habe ich eben auch gar nicht gesehen, weil es hier so scheiße dunkel ist. Mit den Fässern. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. So, hier wieder Geld. Sehr schön. Und Plimmer. Okay. Ich komme, Lisa! Knapp. So, dann gucken wir uns hier mal um. Angeschnitzte Schüssel. Schön. Vorzellankrug. Und ein paar Penunsen. Danke sehr. Halten, interagieren. Halten, interagieren. Was? Oh nein. Dann haben sie uns wieder verarscht. Oh ja. Tischer. Es war sehr schön. Und jetzt machst du noch was? Nein. Mit mir Emotionen. Du kannst das doch an Ihnen los. Nein. Ich auch was. Die Brody-Jungs haben gerade den Funk auf dem Moment. Benny, Benny, Benny. Ich drehe hier einen Film, okay? Ziemlich schlechten Film. Du musst echt abhauen hier, Manni. Die verdammten Idioten schränst du, Benny. Bitte, nicht so fluchen. Okay, wir sind in Gesellschaft einer echten Sache. Weg dich. Siehst du, was du getan hast? Du hast meine Schauspielerin gegen mich aufgeracht. Jetzt verpiss dich von hier. Beschwinde. Ich möchte mich hier wirklich für meinen Freund entschuldigen, okay? Der Typ ist ein riesen Arschloch. Wir gewinnen einen Oscar dafür, okay? Dein Hut noch weiter. Okay, ziemlich krasser Typ. So, meine lieben Freunde. Das war Folge 7. Heute mit ein wenig Überlänge, aber ihr werdet es mir verzeihen. Oder der eine oder andere Freude freut sich sogar drüber. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann dranbleiben. Folge 8 könnte schon bald online sein, wenn ihr es möchtet. Lasst es mich gerne wissen, was ihr von dieser Folge haltet. Schreibt mir in die Kommentare. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Und was noch viel wichtiger ist. Ich weiß, dass Leute, die Videos gucken, aber noch nicht abonniert haben. Freunde, es ist nur ein Klick. Tut mir den Gefallen. Da freue ich mich. Da habe ich nämlich auch was von. Und ihr freut euch dann auch, weil ihr bekommt eine Benachrichtigung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.